So, das hört sich jetzt hier so an und sieht auch so aus, als wäre hier so ein Steinbruch. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Es ist zwar wolkig, aber die Sonne scheint schön. Jetzt geht es hier auf so einem breiteren Kiesweg weiter. Bin ich mal gespannt. Hier sind wieder Weinberge. Es gibt sogar ein paar Trauben zum Naschen, aber das sollte man ja nicht machen. Die sind ja gespritzt. Mal gucken. Also ich war jetzt die ganze Zeit auf so einem schmalen Pfad im Wald. Da gab es nichts weiter zu sehen. Deswegen finde ich das jetzt hier ganz schön abwechslungsreich. Hier hat man so ein bisschen Ausblick. Hier ist jetzt auch eine Info zum Wein, zu den Trauben. So, noch mehr Infos. Schauen wir mal. Okay. Okay. Mal gucken, ob man jetzt den Steinbruch ein bisschen sehen kann. Hier sind überall Weinberge, schon wieder eine Info und eine Sitzmöglichkeit. So, was steht hier? Also man sieht nicht allzu viel, weil da die Weinberge sind. Vielleicht wenn ich auf die Bank steige oder auf den Tisch. Ne, also bringt irgendwie nichts. Lass ich nochmal wieder runter gehen. Ich kann mich da irgendwie durchfilmen. Jetzt sieht man vielleicht ein bisschen was. So, dann würde ich doch mal sagen, mache ich doch jetzt hier nochmal kurz Pause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.